so eine bastelzeit und heute mit dem gegenteil von dem hier ja aktuell scheint hier ziemlich die sonne und brät mich hier so ein bisschen vor ein paar wochen sah das ein bisschen anders aus da gab es stark regen mit entsprechenden überschwemmungen und folgend natürlich gewissen schäden insbesondere ein paar kilometer weiter im nachbarkreis der nennt ich glaube die bilder habt ihr alle gesehen was da zu viel regen relativ schnell anrichten kann im zuge der berichterstattung da hört man dann auch immer wieder so begriffe wie niederschlagsmenge oder irgendwelche angaben wie 200 millimeter regen und genau darum soll es dann heute auch gehen was ist das überhaupt was bedeutet das und wir sind hier ein bastelkanal wie kann man das ganze messen fangen wir erstmal damit an was die niederschlagsmenge ist der niederschlag das ist üblicherweise alles was so im rahmen vom wasserkreislauf von oben runter kommt also regen schnee hagel und der ganze krempel die maßeinheit millimeter die ist jetzt erstmal ein bisschen seltsam ist allerdings doch recht einfach zu verstehen wenn man einmal versteht worum es geht und zwar geht es darum man hat sagen wir einfach mal eine box mit einem quadratmeter also eine box die ein meter mal ein meter lang ist und wenn es da rein regnet und das wasser dann ein millimeter hoch da drin stehen würde dann ist das ein millimeter niederschlag für wasser kann man doch relativ einfach umrechnen ein millimeter niederschlag auf ein quadratmeter entspricht nämlich einen liter in vielen fällen da steht die einheit nicht alleine da sondern die setzt man so in den kleinen zeitrahmen das heißt also zum beispiel ein millimeter niederschlag pro stunde oder x millimeter niederschlag pro tag oder sowas hat einen relativ einfachen grund naja wenn ein liter über einen tag verteilt fällt dann bleibt üblicherweise genügend zeit dass das wasser nach und nach zum beispiel über flüsse oder durch versickern wieder verschwinden kann dieselbe menge innerhalb kürzester zeit zusammen kommt naja das wasser muss halt irgendwo hin und wenn es nicht ablaufen kann dann staut sich und überflutet alles wichtig ist auch zu verstehen dass die mengenangaben so nicht universell immer das gleiche bedeuten das kommt sehr aufs gelände an wenn man eine große fläche hat mit saugstarken boden naja das wasser versickert ja direkt ist also direkt weg wenn wir hingegen irgendwie in den boden haben der kein wasser aufnehmen kann weil er zum beispiel verdichtet wurde oder weil der boden schon von einem vorherigen regen komplett nass ist und voll gesogen ist dann kann es lokal nicht versickern und muss entsprechend irgendwo erstmal abfließen es fließt also oberflächlich zum beispiel in flüsse und das führt dazu dass der pegel von den flüssen dann auch steigt und zum beispiel auch orte dann überschwemmen kann die flussabwärts liegen wo es eigentlich ja gar nicht geregnet hat weitere problematik das sind täler wie eben auch das aatal naja berge bestehen meistens aus gestein da versickert eher wenig das heißt also die gesamte menge fließt wie bei so einem trichter einfach bergab an den bergen entlang unten ins teil das heißt also wenn wir dieselbe niederschlagsmenge holen die woanders in der freien fläche kein problem sind ist das hier am ende viel mehr wasser einfach weil von einer viel größeren fläche das wasser an einem punkt zusammen läuft und da muss es dann erst mal weg das heißt also versickern geht nur bedingt durch flüsse abfließen ja aber irgendwann ist der flusspegel dann halt ein bisschen höher und was das in einem tal bedeuten kann das haben wir ja eindrucksvoll gesehen so genug theorie gehen wir mal zur praxis über wie kann man denn die niederschlag messen naja da gibt es mehrere methoden die einfachste das ist einfach sowas hier das ist einfach ein trichter und wenn es regnet dann regnet halt von oben da rein und wenn wir nach einer stunde dann da rein gucken dann sehen wir dass da x wasser drin ist hier zum beispiel sind irgendwelche striche drauf da kann man dann direkt ablesen wie viel millimeter pro quadratmeter das waren die sind natürlich jetzt nicht im millimeter abstand sondern entsprechend auf die größe von hier diesen kleinen trichter da umgerechnet statt ablesen kann man allerdings auch zum beispiel eine waage benutzen die dann auch zum beispiel fest montiert sein kann das heißt man kann automatisch auslesen wie viel wasser fällt denn da gerade rein wie viel steht da drin ist schon mal ein guter anfang allerdings naja man hat da zwei probleme zum einen man muss regelmäßig hingehen und das ding leeren das heißt also entweder manuell man holt es raus und gibt es weg oder halt irgendwie automatisch dass man irgendwie eine mechanische vorrichtung hat die das ding regelmäßig ausleert die zweite sache die ja auch noch problematisch sein kann insbesondere im sommer bei hohen temperaturen naja das ding ist ja quasi offen das wasser steht sehr lange drin das heißt mit der zeit verdunstet auch das wasser was hier drin ist wieder und unser messwert sinkt das heißt es kann passieren dass wir nach einer stunde lesen und lesenden wert der niedriger ist als das was eigentlich gefallen ist also eigentlich wollen wir ja was haben was dauerhaft funktioniert was automatisiert funktioniert und im prinzip so die ganze zeit messen kann und ein konzept was da relativ verbreitet ist ist das sogenannte tipping bucket also wörtlich übersetzt kippende eimer oder so was in die richtung so ein messgerät auf dem tipping bucket prinzip das habe ich mir vor langer langer zeit irgendwann mal gekauft das war noch lange vor mit bastelei wollte es immer mal umbauen aber irgendwie nie wie die motivation gefunden eventuell sollte ich mich jetzt doch mal dran setzen also gucken wir mal wie so ein tipping bucket funktioniert erstmal zum aufbau wir sehen oben haben wir einen trichter das heißt also auch hier wird das wasser über eine gewisse fläche gesammelt und läuft dann hier nach unten ab das hier ist jetzt ein einfaches modell das heißt wir haben einfach nur einen plastiktrichter bei professionellen dann gibt es auch zum beispiel trichter die dann beheizt sind denn niederschlag ist wie schon genannt auch zum beispiel schnee oder hagel und um den dann irgendwie in flüssigkeit zu messen müssen halt diesen schnee hagel oder was auch immer schmelzen deswegen gibt es halt auch so was die magie die steckt aber unter hier dieser plastikhaube und das sieht hier so aus was haben wir denn hier wir haben eine wippe mit zwei teilen und das prinzip ist relativ einfach und zwar von oben kommt das wasser füllt die eine wippe auf und irgendwann sind wir dann bei einem kipppunkt das heißt die wippe kippt einmal in die andere richtung und das hat dann zwei sachen zur folge nummer eins die schale in die gerade das wasser reingelaufen ist die liegt jetzt mehr oder weniger da auf dem boden und das wasser läuft einfach da raus und was auch passiert ist in der mitte das das ist nicht gerade sondern wir sehen da ist ja quasi so ein dreieck das heißt also dadurch dass wir jetzt gekippt haben läuft das wasser jetzt in den anderen behälter das heißt also die andere seite von der wippe das heißt wir sammeln hier immer eine kleine menge wasser bis die zusammen ist dann kippen was aus und merken uns okay ist einmal gekippt und das löst dann gleich zwei probleme die wir beim letzten ding hatten zum einen hier wird automatisch gelehrt müssen wir uns nicht darum kümmern und zum zweiten das wasser steht üblicherweise nicht lange da drin immer nur bis zu ein kleines ding voll ist und dann wird gezählt wie gezählt wird kann sich dann unterscheiden es gibt methoden wo man das zum beispiel mechanisch machen kann gibt zum beispiel auf thingiverse da einen komplett mechanischen zum drucken wer sowas mal ausprobieren möchte der hier macht es ein bisschen anders und zwar sehen wir hier oben dieses silberne teil an der wippe das ist ein magnet und dieser magnet hat einfach von der elektronik die vorne da im gerät ist erkannt das heißt also jedes mal wenn das ding umkippt weiß diese elektronik okay jetzt haben wir einmal gekippt und in der elektronik ist auch gespeichert okay so viel wasser passt da rein umgerechnet auf einen quadratmeter sind das x millimeter und das ist dann genau das was wir auf dem display haben wir haben jetzt die info zum beispiel hier in der letzten stunde sind x millimeter niederschlag gefallen also genau diese messwerte um die es die ganze zeit ging wir sehen also das ist eine relativ simple sache ich meine es ist einfach nur eine wippe die hin und her kippt aber selbst mit solchen simplen mitteln kann man relativ gut dinge messen hat natürlich auch ein paar nachteile die auflösung ist nicht so dolle das heißt wir messen ja immer nur wenn es rüber kippt das heißt also hier in dem fall zum beispiel 0,45 millimeter pro quadratmeter wenn es jetzt irgendwie 0,6 millimeter pro quadratmeter regnet ist das was auf unserem display steht 0,45 das heißt also da haben wir eventuell ein bisschen abweichung aber die kann man natürlich auch kleiner bauen genauer bauen technisch geht das ist am ende dann eine frage wie viel aufwand möchte man treiben und was möchte man sonst so haben auch ansonsten niederschlags sensoren sind immer so ein bisschen wartungsintensiv denn wir haben ein trichter wo das wasser rein laufen muss wenn sich da irgendwas anderes sammelt gerade im herbst könnte sich laub drin sammeln oder so ein paar kriechtiere könnten das auch als tolles zu hause empfinden naja man muss die dinge halt regelmäßig sauber machen wenn man das aber macht kriegt man relativ genaue werte kann die entsprechend auswerten hier in dem fall mit der internen elektronik und ja geht davon aus dass da demnächst natürlich noch eine zweite folge kommt wo ich das ding mal irgendwie in meine hausautomation einbaue und das ganze dann auch so digital verfügbar mache dass ich zum ablesen nicht bis zum sensor laufen muss aber prinzipiell gesehen dieses prinzip funktioniert wunderschön und so kann man dann zumindest die aktuellen niederschläge dann messen das ist natürlich kein allhallmittel das hier ist ein reines messgerät das ist nichts zur vorhersage das natürlich ein komplett anderes betätigungsfeld wo leute die sich deutlich besser mit wetter und klima als ich auskennen dann mit den entsprechenden großrechnern da auch drin ansetzen und wenn man sich so die vorhersagen anguckt die zur flutwelle herrschten auch durchaus ganz gut denn alles was darunter kam war eigentlich in den vorhersagen ja bereits zu sehen so oder so zumindest mal direkt hier vor ort messen das klappt hier mit dem ding einwandfrei und ich denke damit können wir relativ einfach sagen dass der hier das tut was er soll